So, Mellie, komm, wir gehen runter. Komm, komm. Jetzt ist es schon wieder so dunkel morgens. Ah, nehmen wir nur Rolöschen rum. Aber trotzdem, da will man doch gar nicht aufstehen. Das bringt doch keinen Spaß mehr. Mellie, hast du Hunger? Ja? Was ist los? Alles aufgegessen. Sieht wild aus, aber alles aufgegessen. Immerhin. Wo ist der dicke Specksack? Wo ist der dicke Specksack? Was ist denn das? Was ist das? Wer hat den Stuhl mal wieder mal trittiert? Das gibt es doch nicht. Schaut euch das an. Wer war das? Wer war das? Du? Du warst das? Und warum buckelst du jetzt auch noch so? Willst du dich entschuldigen? Merlin, die Stühle. Ja, immer gehst du an die Stühle bei. Nee, da brauchst du jetzt auch nicht buckeln, um dich zu entschuldigen. Merlin. Merlin. Was soll das? Hm? Diesmal können wir den dicken Specksack die Schuld nicht in die Schuhe schieben. Nee. Und außerdem braun nicht rausgehen, denn es regnet. Merlin. Lass Lancelot in Ruhe. Merlin. Lass Lancelot in Ruhe. Merlin. Nein. Nein. Nein.